Und weiter geht's mit Genshin. So. Hallo, Okumi. Die ist kleiner als Shao. Interessant. Die ist selbst... Okay, sie ist fast genauso groß wie... Okay. Wenn sie nicht ihre hochrechigen Schuhe an hätte, wäre sie, glaube ich, gleich groß. Und Zhongli. Hi. Er muss sogar seinen Kopf runterbeugen. Jetzt kann ich mal ganz kurz das Kleid gut achten. Also ich finde das Design mit den Fischflossen hinten interessant. Ich finde ihre Hose interessant irgendwie. Und da beschweren die sich, dass meine Kleidung fremdländisch ist. Was muss denn das für eine Quar sein, diese Hose anzuziehen? Also, ohne es jetzt besser zu sehen, würde ich doch sagen, dass... ...diese Seitenteile da an der Hose mit dran sind. Und das ist definitiv kein Farbmuster, das ist ihre offene Haut da unten. Weil die Hose offenbar so ist. Wenn das jetzt irgendwie so schrabsmäßig wäre und sie würde die Dinger alleine anziehen, die Beinteile quasi. Und dann einfach nur oben fixieren. An ihrer komischen anderen Hose. Dann würde ich es nachvollziehen können, aber so. Und warum hat sie eigentlich so komische Handschuhe an? Sind das Handschuhe oder sind sie zum Hälften Fisch? Ansonsten ist sie doch recht niedlich. Hm. Ich finde es auch, dass wir immer Frauen hauptsächlich ihre Münder wirklich betont haben. Die haben irgendwie nie richtige Münder. Immer nur so Striche. Mag ja, scheiße. Ich werde schon auf Wahl wahrscheinlich nicht pullen. Außer wenn ich höre, dass sie extrem gebrochen ist. Was sie wahrscheinlich nicht sein wird. Sie wäre halt schon schnuckelig. Statt Barbara dabei zu haben. Also, ja, Barbara ist auch niedlich und alles. Aber wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich doch lieber sie. Joa. Wie war es? Hat deine Initiativität schlauend? Ich bin sicher, dass du es ein bisschen spielst. Kotoku und die anderen lassen dich durch deine Pfeil, ich glaube. Ich dachte, ich hätte einen Test, jetzt hätten wir was anderes gesagt. Okay. Ist mir neu, dass das funktioniert mit anderen Sprachanfahrtmöglichkeiten, aber okay. Aber mit deinem Level der Möglichkeit, bin ich sicher, dass es ein Gehreise im Park war. Seitdem du zurück bist, denke ich, dass die Ronin jetzt aus der Watatsumi-Islande weggekommen sind. Du wirst es? Wir haben sicher, dass wir ihnen die Boss zeigen. Gut. Jetzt müssen wir nur sicher, dass Okubo eine nahe Beobachtung halten, um ihre Resurgence zu verhindern. Danke. Ich glaube, dass ich die Rehreinheit schaue. Also, du wirst für dein hartes Arbeit kompensiert werden. Ähm, lass mich sehen. Hm. Zu schnell für eine andere Prüfung, ich denke. Hm, ich könnte deine Bezahl anbieten. Ich habe ihm eine Bezahlung gegeben. Er hat einen Teil in einem Überraschungsverfahren gegen den Shogun-Navie. Er hat den Wunsch, um auf der Frontline zu sein. Also, ich habe seine Wünsche. Jetzt, ich habe eine spezielle Mission, ich möchte dir eine spezielle Mission geben. Eine spezielle Mission? Ja. Ich habe ihn mit dem Kommen. Ich habe ihn mit dem Kommen. Ich habe ihn mit dem Kommen. Das ist nicht möglich, also, da muss ich nicht sofort hinlegen. Oh, warum gehen wir ihn auf den Trainingsgebieten? Okay, von mir aus. So, wie ist Swordfish 2 mit dir? Gehen wir mit allen zusammen? Haha, du bist in Glück. Denn diese Saison der Veteranen haben ein paar Liederschafts-Tippe für dich. Aufmerksamkeit wird die Moral erhöht. Während sie ein paar Bauten geben, wird es als Incentive, um den extra Weg zu gehen. Es ist auch wichtig, die Stricke Disziplin an alle Zeiten zu halten. Und endlich... Ah, warte. Was ist das? Was ist das? Wow! Wo hast du all das gelernt, Tepe? Ich habe es in einem Buch von der Yai Publishing-Haus. Das war lange vor. Du wirst nicht glauben, wie viele Dango es dauert, um meine Freundin zu holen. Du wirst du wirklich benutzen einen Buch zu erzählen, wie die Armee zu gehen? Ich bin sicher, das ist ein Buch zu sein, wie ein Armchair General. Haha! Das ist woher du mich unterstimmst. Das stimmt. Ich lerne Militärmanagement auf dem Job jetzt. Just wie du. Was soll das heißen? Du wirst es besser glauben. Dank an meine unglaublichen Erkrankungen in der recenten Nerval-Battel, bin ich offiziell den Kapitänin meiner Therion-Special-Operations-Unit. Er wird sterben. Er wird definitiv sterben. Wir sollen jetzt voll mögen und dann wird er abgemurkst gleich in irgendeiner Quest. Es ist eine ganz neue Umgebung. Hering 1. Was denkst du? Pretty awesome, oder? Okay, das muss ich mir screenshotten. Ja. Die Hering 1. Okay. Jetzt hätte der gute Hering wieder ein Grunder Spiel zu spielen. Ich spreche mit seiner Excellency, und sie sagt, unsere Uniforms sind in der Produktion. Wir holen sie zusammen, wenn sie bereit sind. Ich kann nicht warten, um sie aufzunehmen. Wir werden wirklich die Sache aufzunehmen. Alles geht gut. Unsere Mystery Sponsor-Supplies haben wirklich geholfen, die Dinge aufzunehmen. Kann Pinon auch eine Uniform bekommen? Natürlich. Of course! You're a recognized member of the Watatsumi Island Resistance! Yippee! Captain! A new assignment has come in. Thank you, soldier. I'll be there on the double. All right. I better go. See you again soon. You'd better watch out, partner. At the rate I'm going, I'll overtake you if you're not careful. Ha! In your dreams, mister! I wouldn't be so confident if I were you. I'm at the top of my game right now. This is my time to shine. I'm so surprised that Tefe has been made by Platoon Captain. He must have been working super hard. Let's take a break, then go check out these Archon War Ruins. Okay. Was das schon war? Das ist die neue. Auftrag abgeschlossen. 1000 Meter. Okay. Diejenigen, die sich nach dem Blick in der Wetter sehen. Jeure, die untersucht die alten Ruinen. Ach, ist das das komische Ding, was ich schon gesehen? Nein, ist es nicht. Das ist echt die Insel. Eklig. Noomayfestung. Okay. Wo komme ich jetzt am schnellsten? Es ist ein echt kackes Spawnpunkt, würde ich anmerken, aber okay. Also, Questpunkt. Oh, ich muss auch, oh, ich muss den Fuchs anschreiben. Der muss sich Genshin auf PS5 oder PS4 installieren. Ich muss mein PSN-Konto raussuchen, muss es mit Genshin verbinden und muss mir dann durch ihn Aloy besorgen. Ich hoffe ja so ein bisschen, dass sie als Kryo-Damage-Stealer was taugt. Also, sowohl Duration, als auch, ähm, ich bringe mir ein Sekt auf den Monitor, Moment. Sowohl von der Duration, als auch, ähm, von dem Damage. Geh weg da, Mistvieh. Schau ab, hey! Den hat sich jetzt echt auf den Kamm gesetzt, den ich da hingelegt habe. Müsste tot sein. Aus ist auch die Reaktion von der Fliege, das weiß ich jetzt nicht. Der Wind lebt mich. Achso, aber im Schwung geht das auch nicht, okay. Interessant. Wait. Sind die Dinger hier neu? Das sollte das Ort sein. Aber Sanga No Miya ist richtig. Es sieht nicht, dass nichts, was zufrieden ist. Können sie schlafen? Mal sehen, was wir finden. Diese Elektromonumente look a little suspicious. Tschüss. Tschüss. Das ist wieder irgendwelche Tanookis. Die waren hier vorher nicht, da bin ich mir sicher. Okay, Moment, äh, Truppe. Muss ich echt wieder Elektro reinpacken? Tschüss. So, ganz schnell. Also, sie wird wahrscheinlich, also Adai wird ein bisschen wie Keh-King sein. Was, wie, äh, Krio. Eine große Lange, Truppe! Oh, war es durch die Elektroenergie getroffen? Ja, lass dich wechseln, lass dich wechseln, lass dich wechseln, ja, lass dich wechseln, okay. Äh, sollte sich wohl ein bisschen spielen wie Keh-King. Anscheinend. Nach dem Elemental-Skill kriegst du quasi irgendwann eine Kryo-Conversion. Das ist ganz nett, dass das so funktioniert. Ich bin so, dass das so funktioniert. In die Wind. Ich bin so, dass du auch erhofft. Hm. Hm. Als einer mit Wind und Cloud. Hm. 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 Ich bin so glücklich, dass das übernommen wird. Hat Monster-Koll? Das war ziemlich schwer. Ähm, aber was ist so eine große Thunder-Helm-Lodge, Charles, hier im ersten Platz? Die komischen, ähm, Beeper-Dinger nicht spawnen, die, äh, Roboter-Beepern. Beepern? 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 Egal. Das macht keinen Sinn. Hm. Hm. Also, die Atmosphäre hier? Beepern? Weil ich bin auf der Kriege. Ja. Insofern. Die gute Sache ist, dass es jetzt vorbei ist. Wir sollten wahrscheinlich gehen. Hm? Tepe? Was machst du hier? Ja. Wow. Das ist eine Überraschung. Ich wusste nicht, dass du hier diejenigen investieren würdest. Ich habe gerade zurückgebracht, um ein paar Supplieren zu der Frontline zu verdienen. Ich dachte, ich würde nachher stoppen und in dieser Umgebung in dieser Umgebung zurückkehren. Bist du da gut, Junge? Du schaust etwas schwer für mich. Ich bin gut. Es ist nichts. Ich hatte ein paar Tage vor, ein paar Tage vor ich war. Ich habe gehört, dass jemand auf dem Island gekommen ist. Ich dachte, ich würde nachdenken. Wenn es etwas reales ist, dann hätte ich die Chance zu sein. Es ist eine Chance für dich. Ich glaube, ich kam hier für nichts. Pepe? Du denkst du, dass etwas etwas strange ist? Hm. Du sagst es etwas etwas, was es. Es könnte sein, dass der Tatarigami hier eher palpabel ist, glaube ich. Wir sind nicht so weit weg von Horobashi. Horobashi? Wer ist das? Ein Gott. Schau, da ist der Körper. Irgendwas in der Art, keine Ahnung. Das weiß ich schon mit meinem Halbwissen im Japanischen. Vor allem ist er nicht mehr Halbwissen. Welche Wörter, die man mal bei einer Rute und Kuh aufgeschnappt hat, aber egal. Ah! Es ist ein gigantisches Schneckeskeleton! Oh, das sieht total aus! Horobashi was the one who brought our ancestors from Menkonomiya to the surface. That's the origin of the Watatsumi Island you know today. Our ancestors regarded it as a guardian deity. But during the Archon War, Horobashi invaded Yashiori Island. The Raiden Shogun came out in person and slew Horobashi with the Musou no Hitotachi. That same slash also formed what later became known as Musoujin Gorge. The Raiden Shogun created Musoujin Gorge in one slash? Wow, that's pretty incredible! Yes, but the Archon War was brutal. And Yashiori Island was completely destroyed during that battle. They say the Shogun lost something very dear to her along the way, too. Since Horobashi's death, there has always been some animosity between Watatsumi Island and the Shogunate, but our different beliefs have nothing to do with why the Resistance was formed. We only rose up to fight against the Vision Hunt Decree. When Horobashi attacked civilization, the Shogun stood up and put a stop to it. But now that the Shogun is stripping people of their ambitions with the Vision Hunt Decree, It's time for someone to stand up and stop the Shogun. Alright, I'm heading back. I was just dealing with some of the Shogun's elite samurai, so... I think I'm gonna take a quick breather and it's on to my next assignment. You should report back to Sangonomiya as soon as possible. Don't stay here longer than you need to. Being around the Tatarigami too long won't do your health any good. Hey, don't worry about me. Peak condition. Peak condition has made some big progress if he's already dealing with Shogunate samurai. Paimon can hardly believe it. Let's report back to Kokomi. We're back! Oh, look! Gorou is here too! Uh, what happened? They look so serious. Approximately how many people are exhibiting these symptoms? I haven't had the chance to do a full count yet. Kokomi? Gorou? Uh, what's going on? Recently some of our soldiers started showing symptoms of accelerated aging. I called them in for questioning and found out they'd privately acquired some secret weapons from our sponsor. Most of them are highly ambitious types, vehemently opposed to the Vision Hunt Decree. They've been using these new weapons secretly since getting a hold of them. So that's why the war has been going unusually well. But risky secret weapons are not the answer. We must put a stop to it immediately. Gorou, have you managed to acquire one of these weapons? Oh, most of the officers refuse to hand them over. Still, I didn't manage to get one. Do you know something about this? So that means our secret sponsors are the Fatui? But why would the Fatui do this? Ah, forget that. There's no time. Right now we need to inform the whole army to cease using their delusions immediately. All soldiers who have shown symptoms are to be taken for treatment. I just hope we'll be in time to save them. Wait a second. Speaking of soldiers with symptoms. No, surely he can't have... Uh, let's go check on him. Time to go. 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 Most of it are all the ways. Time to go. Time to go. Ich seh grad auf der Karte, da ist mein Teleportpunkt irgendwo. Wo genau ist der? Äh, ja, der Zimmer und Kyum wird das hinterlassen. Nein, ich will nur meinen Teleportpunkt haben. Seht der ganz oben, oder was? Der Wind kennt mich. Hier? Nein. Ja. Einer mit Natur. Und da ist auch ne Serie, oh nein. Ich will die jetzt nicht anhitten. Sonst muss ich dir folgen. Sonst verlierst du mich komplett aus den Augen wahrscheinlich. Okay, dafür ist es cool. Mit, äh, Kazuha. Das ist super. So, dann geht's wieder runter. Huiiii. Ach ja. Ist das schön. Oh. Oh. Hey, Leute. Was machst du hier? Nur einen Moment, lass mich... Es ist witzig. Ich weiß nicht, wo alle meine Kraft sind. Oh, genau, ja. Ich hatte nicht Zeit, um dir die ganzen Details zu geben. Ich habe viele gute Beiträge gemacht in der Krieg. Ich kämpfe den Shogunen an den See. Ich nehme den Shogunen an den Samurai. Ich schiebe meine Kameraden aus einer Abwehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich zu machen. Wenn ich mich noch stärker war. Ich stärker bin, mehr kann ich für die Resistance. Warte mal. Wo ist mein Geheimnis? Ich schiebe meine Abwehr? Ähm... Es war lange, nachdem du bist als Kapitän von Swordfish 2. Ich habe diese... ...mysterische Leute. Sie sagten, dass sie mit unseren Unterstützern waren. Sie gab es mir. Und sagten, dass... ...sobald ich das Wille habe, um stärker zu werden. Sein secretster Weapon wird meine Anrufe. He... He... Es ist wie eine Vision, nicht wahr? Natürlich habe ich... ...eine Vision nicht benutzt. Ich weiß nicht die Unterschiede. Ich weiß nicht. Delusion im Englischen. Weil Vision und Delusion... ...also quasi... Keine Ahnung. Delusion. Gibt es davon eine richtige Übersetzung? Keine Ahnung. Eine... ...Illusion ist eine... ...ja... ...Illusion halt. Man weiß, was eine Illusion ist. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht real. Und Delusion ist dann... ...was ähnliches. Es ist eine andere Kraft, eine falsche Kraft. Ich finde Teuflisches Auge irgendwie besser als... ...also göttliches Auge und Teuflisches Auge. Das passt irgendwie besser in einem Deutschen. Delusion? Oh Gott. Das klingt nicht sehr gut. Also... ...was ist die Unterschiede zwischen... ...a Delusion... ...and einer Vision? Das will das Leben des Benutzers auszerren... ...as Zerren. Ey. Ich denke, es ist nicht so beeindruckend... ...ge słuchze, dass eine mysterieße Wege von... ...undkernissen Origen kommen würde mit ihren Risiken... ...de ich mich... ... beeinflusst. Über den letzten paar Tagen... ...und... ... habe ich diesen... ...strange Senz von Bedrück. Im Herzen hervorruft oder durch Glück hervorgerufen wird, dann bringt eine Delusion, ein Teufelsauge, Unglück im Herzen. Okay, interessant. I didn't receive the favor of the gods after all. Hey, would you do something for me when our uniforms are ready? Grab mine for me. Bring it back here and we can change together. Ähm... Was ist das für mich? Nichts Worte, Partner. Als nächstes, als ich aufrufen bin, werde ich gleich wie die Reine. Gleich wie die Reine, kann ich dir sagen. Als nächstes, als ich... Ich weiß nicht. Tepe. Fatui. Hey, wo gehst du? Hey! Ist er jetzt tot? Hab ich recht? Gehen wir jetzt uns bescheiden beschweren? Okay, er lebt noch. Er bewe- er bewegt sich noch. Tepe's Wrehen wird stärker und stärker. Noch lebt er. Hi. Ja, Leute, ich will zu euch. Hi. Danke. Wie ist Tepe's Kondition? Äh, keiner von uns hat es bemerkt. Ich habe den Urlaub, um alle Verlusten zu verhindern. Die größte Mehrheit zeigen einige Verlust, aber... nichts ernstes. Ich meine, es ist ein kleiner Boost für den Krieg. Aber wenn die dann auf Dauer, sag ich mal, schlapp machen... Äh, ja, nee, nicht ganz so gut, glaube ich. Schade. Ein paar sind gestorben schon. Ein paar sind gestorben schon. Ein paar sind gestorben schon? Soll ich das richtig deportieren? Achso, hab ich das richtig deportiert? Okay. Okay. Die Soldaten sind in der Hand über die Bände, aber... Sie wissen voll gut was eine Verlusten ist, aber... sie noch immer versuchen, sie zu nutzen. Okay. Ich werde dich um, um die Situation zu beschäftigen. Ich muss nach der Frontline. Diese ganze Fiasca ist sicher, dass es ein Blut für Morale ist. Wenn die Schögen-Armee attacken jetzt, während wir schrampfen, dann könnte es gut machen und tun alles, was wir erreicht haben. Was sind deine Gedanken? Nein, es ist zu gefährlich. Der Sakoku-Decree ist noch in Kraft. So müssen ihre Verlusten in Inazumas Bordern produziert werden. Um eine Operation auf dieser Ebene zu organisieren, haben sie eine große Menge Menschheit und Ressourcen gesammelt. Sie haben das nicht gemacht, ohne lokalen Unterstützung. Wenn wir sie stoppen wollen, müssen wir die Faktorien, wo die Verlusten gesammelt werden. Aber es ist sicher, dass sie stark gegründet werden. Es ist gefährlich, sich alleine zu gehen. Zumindest nehme ich einige Truppen mit dir. Okay, ich weiß, wie ich zum Mikli-Boss komme. Und wie das Ganze erklärt wird. Wo haben die, haben die ihre Fabrik auf Sairei aufgebaut? Weil da keiner mehr hängen geht, seit Urzeiten irgendwie. Ich bin gespannt. Ich meine, sie waren ja auch am Hochhof und so gegangen, aber da haben sie ja vertrieben eigentlich. Keine Zeit. Ja. 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 Das ist gut. Ich bin gespannt. Ja. Ja. Was meinst du, der Delusion-Faktorie? Wirklich? Du musst es erst einmal überdenken? Oh, gut. Tausendmal, okay. Ja gut, da. Da hab ich richtig gedacht. Auf zum Pavillon, das irgendwas. Hey Leute, ich bin da. Hier war aber nichts. Die können wir nicht sagen, dass hier auf einmal eine Fabrik ist. Die können wir nicht, weiß man, dass auf einmal hier irgendwo jetzt ein Eingang in den Berg rein ist. Die wollen wir das weiß machen, oder? Sie wollen es weiß machen. Reputationspunkt, wet. Okay, interessant. Das macht aber keinen Sinn. Warum macht ihr das? Aber, ich hab 30 Minuten, ich mach mal hier einen kleinen Cut. Raustaben und ciao, bis dann und so weiter und so fort. Tschüdelü.